Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Actix Resist or Surf. Ja, und in der Tat, ich habe mich ein wenig umgesehen in dem Let's Play vom guten Francine. Oder The Francine. So, und ja, ich war blind. Ein bisschen. Also, ja, vielleicht wäre ich drauf gekommen, was wir machen müssen, wenn ich immer ein bisschen besser aufgepasst hätte. Ich hatte ja gesehen, dass wir im Observatorium eine Diskette eingesammelt haben. Das war aber nicht alles. Wir hatten eine Diskette und ein Metallstück oder ein Eisenstück eingesammelt. Das habe ich nicht so wirklich begriffen. Wenn wir das mal eben angucken. So, pass mal auf. Wir haben hier die Diskette. Die habe ich ja auch gesehen. Aber das hier habe ich nicht gesehen. Das haben wir auch noch eingesammelt. Und das hier, wenn wir es uns mal angucken, sieht aus wie ein Griff. So, und weiter habe ich auch gar nicht geguckt in dem Let's Play bei The Francine, weil, ähm, ich konnte mir schon ziemlich genau denken, was wir mit diesem Griff machen sollen. Ich hoffe, dass diese Theorie stimmt. Denn wir haben ja immer noch diese eine Luke hier im Boden. Und ich denke, wenn wir da den Griff ranhauen, dann sollte das funktionieren. Äh, ja, Taschlampe geht natürlich auch an. Äh, wo ist denn der Griff? Äh, können wir den da jetzt einfach so ranbatschen? Nee. Ah, dann kommt jetzt vielleicht unser Kleber hier zum Einsatz. Tube of Metal. Ah ja, okay. Damit können wir also Metall praktisch kleben. Ist okay. Dann ergibt das jetzt auch Sinn. Ah, jetzt haben wir praktisch Metall. Ah, ah. Ah. So, sehr schön. Dann können wir das jetzt öffnen. Scully? Hallo. So. Aha. Und da ist eine Leiter. Joa, gehen wir runter, ne? Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Bin gespannt. Es geht immer tiefer hinab, ne? Wir sind ja schon mit dem Fahrstuhl runtergefahren, dann abgestürzt. Und dann gehen wir jetzt nochmal eine Leiter runter. Hat schon Silent Hill Verhältnisse hier fast. Okay. Sieht hell aus. Ah. Okay. Äh, Cutscene. Hilfe. Finde ich Angst. After I saved your life upstairs, Scully? Krychek, I will kill you. Mulder! What's down there? Your future, Mulder. You want to keep talking in riddles, or do you want to tell me what it is? Inside that shell, they're breaking through. There's an artifact. It's alien, Mulder. And I know you feel it. Mulder? Mulder, we have to get out of here. It's happening again. Krychek! Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Mulder, come on. Mulder! Genau, Mulder, der kämpft jetzt ja gegen Harvester. Genau, so hieß der. Das, 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 das hab ich sogar noch im Kopf, weil ich so lange an diesem Scheißkampf festhing. Harvester. Okay, ich darf speichern. Das mach ich jetzt auch direkt. Ähm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch kämpfen dürfen, weil eben gerade ist ja Krychek abgehauen. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, äh ne, ich überschreibe lieber das andere, ähm, dass wir jetzt gegen Krychek kämpfen dürfen, während Mulder gegen Harvester kämpft. Ich bin so froh, dass er das, dass ich das nicht machen muss. Der war echt ätzend. So, jetzt ist die Frage, äh, wenn das gleich wirklich in den Bosskampf kommt, dann nehm ich... Dann nehm ich die Magne, wollte ich sagen. Ah, der hat was? Magne? Security, Office Card, okay. So, da ist Krychek gerade hingegangen. Was haben wir hier? Ah, warte, warte. Sag mal, das war jetzt aber... Hallo? Langsam kurz nochmal verreckt. Die Kamera ist klasse, ne? Da wollen wir mal rein. Sehr schön, was haben wir denn hier drin? Ach, jetzt sind wir hier, wo wir gerade eben waren. Okay. Ja, ähm, ich denke mal, wir können Krychek bestimmt hinterher gehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich darf da nichts tun. Doch, jetzt darf ich da lang gehen. Da war der Stuhl im Weg, ist klar. Also hier sind wir doch reingekommen, ne? Irgendwo... War hier nicht irgendwo eine Tür, durch die wir reingekommen sind? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier der Raum war, wo wir gerade die beiden überführen... Da, hier, hier... Das ist ein anderer Raum. Nicht hier, da! Oder? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ist doch egal. Jedenfalls, ähm... Prägt uns der Raum gar nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann gehe ich mal an die PC hier vielleicht ran. Aha. Eine Karte. Äh, ja. Schön. Ähm... Ist hier noch was? Armory unlocked. Aha. Aha. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, die haben wir auch mit Mulder damals hier bekommen. Den auch. Dann dürfen wir wahrscheinlich gleich auch gleich kämpfen hier, ne? Dann nehmen wir die ruhig mal. Wir haben ja eigentlich ganz gute Munition. So ist das ja nicht. Wow. Aber da hat sie keine Taschenlampe, wenn sie das ausgerüstet ist. Okay. Kann man mit leben. Ist hier noch was in den Schränken drin? Ne, ne? Hier war noch irgendwie ein Knopf oder so. Ah, das ist ein Medikit. Hahaha. Und ist das hier Shotgun-Munition? Eigentlich schon, ne? Aber ich habe keine Schrotflinte. Das ist ärgerlich. Hier sind auch nur Maschinengewehre, glaube ich, ne? Wir haben ein paar Pistolen sind da noch drin. Aber ich sehe auch nirgends eine Schrotflinte. Schade. Okay. Oder haben wir hier mit Mulder eine Schrotflinte? Ne, ne, wir haben hier auch ein Maschinengewehr gekriegt. Bin ich mir ziemlich sicher. Das speichern wir jetzt auf jeden Fall nochmal ab. Das hat sich gelohnt. Und dann, meine lieben Freunde, geht's los. Dann kämpfen wir auch gegen Crycheck, denke ich. Ha, ja, ja. Ich bin gespannt. Aber erst, äh, noch... Ah! Das habe ich nicht gesehen. Warum spawnt? Warum spawnt da jetzt so ein Penner? Penner. Oh, oh, oh. Penner. Das war echt scheiß gerade von ihm. Fand ich nicht nett. So, jetzt schnappen wir uns aber doch mal das Sch... Maschinengewehr. Ich wollte erst sagen, Schrotflinte. Das ist Schrotflinte vor allem. So, okay, das überschreiben wir jetzt nochmal. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. In letzter Zeit hatten wir jetzt auch Glück mit den ganzen, äh, Zwischensequenzen, ne? Dass die alle Ton hatten. Ich meine, ich will's jetzt nicht zu laut sagen, aber... Äh, in der Tat ging's jetzt. Nachdem da zwei, drei nacheinander ohne waren, hatten wir jetzt ordentlich Ton. Okay. Dann bin ich jetzt gespannt. Komm, Crycheck. Gehen wir's an. Äh, the door won't open. Soll ich wieder zurückgehen? Ach hier, Security Card. Ja, äh, nee. Muss ich die jetzt hier nochmal ausfüllen? Data Disk. Äh, wohin denn jetzt? War ich da noch gar nicht fertig? Oder ist das da ein Apparat, wo ich die Karte benutzen muss? Warte mal. Da. Nee. Die wird sich auch nicht öffnen, sagt sie. The won't open. Ja gut, dann, ähm... Müssen wir hier noch weiter? Was müssen wir denn hier noch machen? Kann ich hier noch was machen? Vielleicht an dem PC. Containment Facility. Ah! Das muss da auch noch gemacht werden. Okay. So viele Knöpfe und Schalter hier. Dann ist das aber bestimmt das Gegenüber die Tür, ne? Ich hoffe es. Nein. Ah! Okay, offen. Ja, dann wollen wir mal gucken. Was wir hier machen müssen. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hin. Wir haben ja ganz gut Munition auch. Ich hoffe, der Kampf ist nicht zu dunkel. Weil ich muss jetzt laufen. Und... Ach so. Ach jetzt sind wir... Ach ja, logisch. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, jetzt liegen sie hier alle. Ähm... Wie müssen wir jetzt auch gegen Harvester kämpfen? Oh, das wäre jetzt scheiße. Das sieht fast danach aus, ne? Lauf, Scully! Okay. Bin gespannt. Ach, keine... Ah, Mann! Kein Sound. Was macht er jetzt da? Hat er jetzt schon gegen Mulder gekämpft? Ne. Das kommt doch... Das kommt doch jetzt. Ne, haut ab. Nein. Fuck! Wir campen zu zweit hier? Äh... Mal im Nachladen zwischendurch. Glaublich? Ach so, da. Ach, witsch. Nein! Den... Oh. Oh, fuck! Ist das... Kein... Ist rein. Ich möchte auf Harvester schießen. Verdammt. Nicht auf die Pille, weil ich Leute hier... Das ist toll, echt. Man, ist das ein Scheiß. Oh, ich habe noch drei Schuss. Geil. Äh, falscher Knopf. Ja, jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt nehmen wir halt die weg. Hallo. Ist gut. Habe ich noch Muni? Äh, Muni. Medizin. Ja, ist klar. Oh, fuck! Äh, Muni ist gut. Scheiße. Ja, das lief gut. Ähm... Okay, das machen wir direkt nochmal. Ai, ai, ai. Okay, das könnte jetzt das erste Mal echt eine Stelle sein, wo ich jetzt ein bisschen länger festhänge. Hi, 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 hi. Gut, ähm... Na gut, ihr wisst jetzt ja, was wir machen müssen. Von daher passt das schon. Äh, was habe ich jetzt zuletzt geladen? Jetzt bin ich evitiert. Da. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es sehen. Mist. Ja, ich muss aber nochmal, ähm... den einen Knopf für die Tür da drücken. Ich bin... nicht richtig. Ähm... Ja, egal. Ja, ist okay. Dann, äh... Komm, wir rennen nochmal. Beim nächsten Mal lade ich den richtigen Punkt. Ich schnappe jetzt nochmal irgendwie Waffen. Ach, jetzt steht der auch nochmal auf. Ach, nee, weil das ist doch blöd. Äh... Load. Ich will einfach nur auf Load, Mensch. Okay, dann gehe ich halt auf Abbrechen und dann wieder auf Laden. Mein Gott. Ja, aber man muss... Man kann es auch kompliziert machen. So, äh... Lalalala. Schnell beeilen, dass hier bloß kein Sound erscheint. Es kommt auch gerade kein Sound. Das ist gut. Äh... Dann... Welchen habe ich jetzt eben geladen? Ich bin so doof. Ich... Ich weiß es echt nicht. Äh... Okay. Hab ich jetzt den richtigen geladen? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich hab wieder den falschen geladen. Ich bin ein Held. Nochmal abbrechen. Es tut mir leid. Vielleicht schneide ich euch den ganzen Scheiß hier auch raus. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Je nachdem, wie viel ich noch aufnehme. Ich hab jetzt sowieso eigentlich schon ein paar Parts, die ich jetzt, äh, hier zusätzlich produziere. Ich muss ein bisschen Puffer aufnehmen. Weil demnächst, äh, bekomme ich wieder Besuch. Und dann kann ich halt am Wochenende nicht unbedingt was aufnehmen. Deswegen muss ich mal wieder ein bisschen Puffer schaffen. Dass ich euch mit Videos versorgen kann in der Zeit. Aber das Spiel macht ja auch wirklich Spaß. Malmache. Also da kann ich echt nicht meckern. Richtig, richtig geil. Und jetzt bin ich richtig ausgerüstet. Sehr schön. Aber jetzt muss ich trotzdem noch diesen einen Scheiß-Schalter benutzen. Das hab ich nämlich noch veressen. Das machen wir eben schnell. So, hier vorne ist er. So, dann drücken wir auf den Knob. So, und jetzt nehmen wir uns nochmal Harvest davor. Ich bin ein wenig überrascht, dass wir den tatsächlich jetzt nochmal besiegen müssen. Ich werde das jetzt so versuchen, dass wir, ähm, mit dem Maschinengewehr schon die drei Trusen da abballern. Ich hoffe, dass das einigermaßen schnell geht diesmal. Und auf Harvester gehe ich dann mit dem Magnum los. Oder, was ich auch versuchen könnte, ich hab ja noch meine, äh, meine, meine Spritze da. Dass ich da von Harvester welche reinjag. Also diese Fruzzi-Dinger, wisst ihr? Das könnte man ja auch noch probieren. So. Okay. Haben wir jetzt vielleicht Ton? Nein. Sonst hätte es sich ja lohnen können. Warum? Das tut gerade weh, ne? Ja, ist ja gut. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann da echt nicht sehr viel tun. Oh, 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 äh, ja. Schieß doch mal auf die Truller. Das ist zum Heulen. Ich darf nichts machen. Ich kann aber direkt nachladen. Ne, kann ich nicht. Was ist das überhaupt für eine Munition? Was ist das? Pistole. Soll ich die mal probieren? Ach komm, wie soll's. Ich kann das machen. Ich bin total eingebaut. Ich komm nicht mal zum Schießen. Ja, geil. Ach Leute. Ja, kriegen wir hin. Wir laden das nochmal neu. Und diesmal laden wir hoffentlich auch gleich den richtigen Punkt hier. Den oberen, ne? Ja, ich denke schon. Okay. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen.